hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal zu einem weiteren video ja es tut sich absonderliches und merkwürdiges bei werder bremen ich dachte ich gucke nicht richtig als ich die neuesten artikel beim weserkurier und bei der deichstube zu gesicht bekam da ist doch tatsächlich die rede davon dass ja ole werner die torfrage bei werder offen lässt hatte ja schon video dazu gemacht und auch mal stammpunkt klar gemacht zum einen dass ich klar für die nummer eins halte und in einem weiteren video habe ich ja auch die frage gestellt bzw die frage beantwortet ob bei werder bremen das leistungsprinzip noch eine rolle spielt und siehe da es tut sich wirklich aus meiner sicht bemerkenswert ist sowohl bei der deichstube ist davon zu lesen dass nach dem testspiel gegen rostock werner die torfrage offen lässt und auch bei beim weserkurier ist zu lesen werder torwart jiri pavlenka muss um seinen stammplatz fürchten das sind schon bemerkenswerte vorgänge da habe ich so ganz gar nicht mit gerechnet und für mich ist das nur folgerichtig in dem zusammenhang ist sicherlich auch interessant dass anthony jung gestern in einem interview sehr verhalten zwar aber doch werbung für michael zetterer gemacht hat er nämlich davon gesprochen dass michael zetterer der abwehr ruhe verschafft also ruhe ausstrahlt eben einfach deshalb weil er anspielbar ist und sozusagen als zusätzlicher spieler in der abwehr fungieren kann und ja also aus meiner sicht zum einen sehr erstaunlich auf der anderen seite eigentlich überfällig dass und ole werner sich ernsthaft fragt mit welchem torwart er besser bedient ist und letztendlich nicht nur er selbst sondern natürlich dann auch die mannschaft und ja also die torwart frage ist offen ole werner hält sich alle optionen offen und das finde ich ausgesprochen bemerkenswert und ja aus meiner sicht ist die frage klar klar zu beantworten dahingehend dass michael zetterer weiter und tor stehen sollte hat sich jetzt in den letzten spielen auf der linie keine blöße gegeben und ist da wiederhole ich mich eindeutig der komplettere torwart und ja wenn ich sehr gespannt wie ihr die entwicklung seht schreibt mir bitte gerne in die kommentare freue mich über jeden kommentar den ich zu lesen bekommen und versuche die auch zu beantworten ja und dann muss ich doch noch mal auf justin jinmar zu sprechen kommen der ja im spiel gegen es muss ich überlegen gegen wie haben sie denn gespielt man letzter heimspiel gegen eintracht frankfurt entschuldigung oder scheinbar etwas längere leitung eintracht frankfurt hatte er mit zwei weiteren mitspielern eine 3 zu 2 situation und hat dann sich entschieden ins dribbling zu gehen und hat dann selber mit links abgeschlossen und hat damit sicherlich eine sehr gute chance liegen lassen doch noch wieder in führung zu gehen und aber darum soll es gar nicht gehen aus meiner sicht wenn ich über jinmar spreche sondern unter anderem über seine bemerkenswerten sein bemerkenswertes posting was er offensichtlich bei instagram veröffentlicht hat und der weserkurier spekuliert dass dieses posting mit der vergebenen chance gegen eintracht frankfurt zu tun hat das mag durchaus sein das ist für mich aber auch kein wunder dass der junge man da bisschen schwierigkeiten hat mit der situation umzugehen denn die deichstube selber hat ja in einem artikel diese situation als spiel entscheidend herausgestellt oder auch in einem anderen artikel ich glaube auch auf dem weserkurier war von einer schlüssel situation die rede und das ist natürlich völliger quatsch also muss man mal ganz klar sagen wenn man sich das spiel angeschaut hat also ich kann ja immer nur die spielberichte entweder beim zdf oder bei der ard anschauen und also wenn man 2 zu 0 führt und dann so fahrlässig das 2 zu 1 zulässt aus einem einwurf dann kann so eine situation wie sie justin jinmar mit unter anderem mit marvin duksch um gegnerischen tor hatte eines falls eine schlüssel situation sein und noch nicht spiel entscheidend sein auch das 2 zu 2 fällt ja ja aus der standard situation und da kann man jetzt auch noch mal hinterfragen warum da ein demand im hintergrund dann irgendwie stürzt aber auch darum soll es hier nicht gehen es soll einfach um den umgang mit dem spieler jinmar gehen zum einen von der deichstube die hier von einer schlüssel situation spricht also sie erklärt diese situation als spiel entscheidend und das ist natürlich das mag ja keine ahnung leser bringen und in irgendeiner form auch für klicks sorgen aber das ist natürlich völliger quatsch und es ist halt die frage ob das dann ein justin jinmar dann auch entsprechend einsortieren kann zumal er ja zweifach in der öffentlichkeit kritisiert wurde einmal von marvin duksch der aus meiner sicht eigentlich mal besser gar nichts gesagt hätte weil so kläglich wie er dann nachdem justin jinmar dann romano schmid angespielt hat bei einer weiteren situation und romano schmid dann zu marvin duksch gespielt hat und dann marvin duksch diese chance liegen lässt finde ich das völlig unangemessen dass er da den spieler irgendwie öffentlich kritisiert und dasselbe gilt eigentlich auch für ole werner ich habe eigentlich immer gedacht bei werder ist man was öffentliche kritik angeht grundsätzlich dagegen also es vermeidet man eigentlich normalerweise und ja bei einem spieler der 23 jahre alt ist und der im übrigen in einem bruchteil der zeit die marvin duks zur verfügung stand eben auch zwei feldtore erzielt hat sollte man eigentlich sowohl als trainer als als auch mitspieler die bälle ein bisschen flacher halten und also ich hoffe dass das ein einmaliger ausrutscher war und ich hoffe natürlich auch dass justin jinmar sich das nicht zu sehr zu herzen nimmt weil klar da hat er jetzt er ist ja zum abschluss gekommen es ist aber überhaupt nicht überhaupt nicht sicher dass marvin duksch dann den ball da im tor untergebracht hätte also von daher das wird hier durch presse irgendwie oder wurde durch die presse extrem aufgebauscht und nämlich völlig unangemessen und kann uns gerne widersprechen wenn wir die als dann mal wenn duksch in der nationalmannschaft zum einsatz kommt wenn er dann eine halbwegs bruchbare leistung abgerufen hat das war ja in der vergangenheit bei werder auch nicht gemacht braucht ja immer aus meiner sicht auch keine ahnung 20 versuche um ein tor zu machen also da hätte ich mir definitiven umgang gewünscht so und das war mir noch mal wichtig zu sagen und was natürlich auch bitter ist dass sich jetzt hier im test spiel gegen rostock opitz verletzt hat und für den rest der saison ausfällt das ist natürlich eine ganz bittere pille mein gut nur sind nicht mehr so viele spiele zu spielen aber dennoch der junge hat es ja der junge mann muss man sagen ich mag es eigentlich nicht wenn man bei einem weiß jetzt nicht wie alt opitz ist aber justin jimma wurde ja von marvin duksch auch als junge bezeichnet ich weiß dass es bei werder so üblich trainer sprechen ja gerne von ihren jungs am ende des tages ist auch ein justin jimma ja mindestens ein junger heranwachsender und kein junge mehr und ja also ich hoffe dass die die entwicklung auch natürlich marvin duksch in der nationalmannschaft nicht weitere blüten treiben die eigentlich für die mannschaft und werder eher schädlich sind und ja viel wesentlicher ist für mich dass ulle werner dann tatsächlich noch mal sehr genau nachdenkt und die richtige entscheidung kommt und die kann für mal aus meiner sicht nur sein mich jetzt hätte aber weiter spielen zu lassen und das wird glaube ich da bin ich mir relativ sicher im sinne der mannschaft seien die dann einfach hoffentlich stabiler steht in einem weiteren video habe ich vor noch mal auf das spiel gegen die eintracht etwas ja wie soll ich sagen nüchterner drauf zu gucken also im nachgang ist man eindruckt dass das doch ein bisschen alles ein bisschen sehr über die gebühr schön geredet wurde aber wie gesagt da werde ich hoffentlich dann noch mal in einem weiteren video darauf eingehen schreibt mir die kommentare wie ihr die entwicklung um die torwart frage in anführungsstrichen bewertet und ja dann sehen wir uns zum nächsten video bis dahin